Ich halte mir ein bisschen links rüber Ok, ich bin der Gerber direkt Ibs, sag mal deine Position an Ich bin über die... über die Wegstraße zu der nächste Baumreihe Und von hinten püsche ich mich gerade an die erste Baumreihe an Riesen, bist du schon drunter in den Wald gelaufen? Ich gehe davon aus, dass er eventuell einen Ghillie hat Ich gehe davon aus, dass er einen hat Also bitte nicht mich erledigen Ja, hast du noch eine A50 in der Hand? Ja Ok, er hat wenn dann eine Latour oder ähnliches Wenn es der ist, den ich meine Riesen, noch schön, wo bist du? Ich bin vom Auto aus jetzt links Habe mich weghalten Komm da am Front, aber sag mal auf, das müsste... Ich schaue das ist ziemlich vom Norden her Ok Ok, ich müsste vor dir sein Vor mir? Also ich bin jetzt mal stehen geblieben 300 Meter grob von der Base weg Ok, du bist runter gelaufen, ne? Ich bin ein bisschen vor gelaufen, kleines bisschen Ich gehe davon aus, dass sie auch TWS haben Die linke Seite einmal checken, ob da was ist Ich gehe jetzt Richtung Zweitstraße Ich gehe jetzt Richtung Zweitstraße Also über die Straße gleich Da bin ich schon Ich gehe jetzt Richtung Zweitstraße Siehst du gerade im Busch, in der Tunnel? Ja Ich drehe mich auch gerade nach hinten Ah ok, du hast auch Bodyguard Skin an Ja Ähm, Udo, willst du vorlaufen? Ja Ok, ich gehe mal in den nächsten Baum Ja, ich gehe jetzt gerade über die Straße auf der Bahn Was war das denn? Ich bin jetzt über die Straße in der Track Reihe Ja Jungs, ich würde halt jetzt übers Feld trennen von weh raus Ok Ja, mach mal. Weiter nördlich sind auch Zombies. Weiter nördlich oben? Die sind wahrscheinlich... Ja, wenn du die Straße weiterfährst, kommt da mal links eine Freifläche. Also ich überquert den Weg. Okay. Ich bin auf dem Feld. Ich habe einen Zombie direkt bei mir. Du dürftest mich ja nicht hören mit der Schallgedämpften, oder? Ja, in einer gewissen Entfernung schon. Sieht mich jemand? Nein, aber laupte man einfach zur Tür. Ich bin jetzt gleich beim Hebel. Du seht, ich habe mir... Nee, der Zombie ist jetzt neben mir. Ich gehe nochmal ein paar bei mir vor. Ich bin da auch über die Straße. Okay, Jungs, ich bin jetzt am Tor. Ich mache auf. Schüsse? Der liegt hier drin! Okay. Hat er dich durchgeschossen? Da schließen zwei, oder? Da ist der Green liegt hier drin. Ist die Tür auf? Ja, ich habe sie nur geschlossen. Aber er hat nicht zugemacht. Also, er hat nur zugemacht und nicht abgeschlossen. Der lag rechts, wo der... ...ehm, SUV steht. Okay, sollen wir zu dritt da rein? Zu dritt kann er nichts machen. Ich kann nicht sagen, ob da auf der linken Seite noch eines war. Also, es hat sich angreifen wie zwei. Ist die Tür aufgeschossen gewesen? Ich habe nichts gesehen. Ich habe kein Loch gesehen. Ja, aber wenn dann höchstens auf dem Vordach irgendwo wieder gelandet und die zwei kleinen Türen zu schossen, oder? Ja. Ja, dann ist... dann ist doch einer reingeflogen für ihn mit dem Heli. Sollte ich die holen, du bist gespawnt. Die Tür ist auf, die Tür ist auf. Ich habe leider keine Sicht, verdammte Scheißchen. Ich warte mir noch nicht gespawnt, ich spawnt, ne? Also, ich glaube, da sind auf jeden Fall mehrere drin. Aber gut, wir sind jetzt auch einige Leute. Alter, aber wie schlecht er geschossen hat. Habt ihr gehört, wie oft er geschossen hat? Ja. Ja. Ja, du ja auch. Ich habe noch lange überlegt. Hast du auch geschossen? Hast du... Ich bin jetzt Nord-West. Ich hab auch geschossen wieder. Standard. Okay, dann warst du der zweite Schütze. Ja. Ähm, wir haben auch leider kein Humvee, dass wir da reinfahren können, ne? Dann könnte er ja nichts machen. Ne, immer nicht. Könnte halt einsteigen. Nicht, wenn du ihn lockst. Wenn einer draußen bleibt, das Fahrzeug lockt, dann kannst du damit fahren und keiner kann hier einsteigen. Ja. Dann kann er nichts machen. Ähm, ich bin in... Komaroro. Soll ich mich umbringen? Oder... Ich glaube... Ich glaube rüber zu den TAN, also zur zweiten Reihe, also die Mittelreihe laufen sie hin. Okay, ich spring von da. Okay, ich bin schon... Ich bin ziemlich nah dran. Muss ich sagen. Aron. Passt auf, außerhalb sind Stimmnoreiche und die Arbeiter gesagt, ich hätte mir erst schon, dass sie durchrennen. Ja, zum Tür aufmachen. Ja gut, wenn einer schon drin ist... Der kommt ja nicht raus. Ja, aber die hätte ja genauso reinkommen können. Wie hiebs auch mal deine Position an? Ähm, von der Base aus 10.30 Uhr. Ich bin direkt Nord, westlich von der Base, circa 300 Meter weg. Okay, ich bin jetzt, ähm, vor der Base, ähm, in der letzten Baumreihe, genau davor. Ja. Aber auch clever, wenn er da seinen Intech anhat. Aber ja. Der Alice David war das letzte Mal in eurer Base, der war am Turm oben. Echt? Ja, aber der... Den haben wir... Den haben wir rausgeschossen. Ja, aber der Alice David hat auch welche von denen gekillt. Ein Stück. Ja, ja, das waren drei. Es war's ihr, dann war's der, der Mr. Green, der Alice David und wir sind da mit dem SUV noch gekommen. Ja, das waren mehrere Parteien. Also wir haben zwei von dem, von dem, also ein Alice David und ein... Irgendeiner, der wohl mit dem zusammen spielt, den haben wir ja erledigt und ein Mr. Green. Und einer, also der Alice David fahrt auch in der Base. Ähm, ich würde sagen, Frizi, du bleibst ein bisschen zurück. Ich würde jetzt... Warte, so eine Position zum Snipern? Kannst du die Tür einsehen? Also egal von welcher, von der linken oder der rechten Seite? Nein. Die Netze sind im Weg. Ja, 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 super. Ähm, ich wäre da beim Boat Dealer, bei Solnitschi. Solnitschi. Ja, bin leider. Ähm, ich würde nämlich jetzt hinteren die Tür aufmachen und würde mich zur linken Seite hinstellen, würde auf die rechten Seite von der Base schauen, ob da einer ist. Ich habe, wie gesagt, keine... Das kann ich nicht decken. Ich meine nur, falls er zur Tür rennen würde. Wenn er rausrennt, dann... Dann habe ich ihn. Der wird nicht rausrennen, glaube ich. Also ich habe links die Sandbecken, da erst habe ich ihn blickpunktet. Er kommt da nicht hoch, das ist... Achso. Er ist unten gefangen. Ja, aber wie ist er da reinkommen? Entweder muss er von oben eigentlich kaum sein. Also können doch hoch. Er ist auf. Er ist auf der linken Seite, jetzt muss er theoretisch rein. Ich habe keine Bewegung im Moment gesehen. Fahrzeug? SUV? Wer ist das? Wir nicht. Ich wer. Schüsse. Sag an, wo? Zivilien. Zivilien. Wo, wo, wo sind die? Ich komme zu dir. Wo sind die? Am Berg, wo? Am Berg, wo? Nordwestlich. David. Einer ist ausgestiegen, er lässt David Haube. Ich komme. Am Berg? Steve, hättest du... Ich halte er aufs Tor, ich halte er aufs Tor. Ich glaube, das Ding hat einen Schlüssel. Zivilien, ich schaue mal. Pass auf, lass dich nicht... Lass dich nicht kehren, ich weiß nicht, wo du bis jetzt bist. Ich bin direkt, die waren 50 Meter hinter mir. Ah, ich sehe es, ich sehe es. Ich bin beide... Das ist eine AS50, ist schon klasse. Voll, also einen Schlüssel habe ich. Ach, nicht schon wieder. Wow, er schießt. Schlüssel? Ich war's, ich war's. Ich habe nur den, nur den Zombie gekehlt. Hat noch einen Key im Rucksack. Zwei Keys im Rucksack. Ich gehe wieder hin zur Tür. Ich gehe wieder hin zur Tür. Das kann uns jetzt helfen. Ich gehe doch mit dem Auto. Ja, ich laufe zum SUV. Geht mit dem Auto, das ist ein guter Plan. Da steht noch einer. Also da liegt noch einer. Ich bin da drei Leute. Zwei waren's. Ah, okay. Der hat keinen Schlüssel dabei, den hat er erst abgeholt. Schlüssel? Ich war's, ich war's. Ich war's, ich war's. Ich nehme ein SUV und fahre mal ein Stück weg. Alles klar. Sieh, du hast noch die Türen sich. Ich hab die Tür im Blick. Ja. Die haben hinten nur ein Auto drangehängt. Ein Granatwerfer. Die schreien. Ja, die wollten den Kumpel rausholen. Und dann hat er gesagt, hey, die sind da, die kommen. Wer schießt? Achso, ich schieße ja eigentlich nur Zombies ab, weil die mir so irgendwie nicht. Wird jemand da ans MG um? Ja, das Ding ist, wenn wir reinfahren, dann kriegt der auch's, glaube ich, gleich. Boah, der hat... Der Pimper, äh, Free Wands. Du lässt gerade wieder hin zur Base? Ja. MK48, der hat einiges dabei. KSVK. Fünf Briefcase. Wär echt fünf Briefcase? Ich bin da mit dem Rasenrand. Ja, Briefkönes. Und da eine Tür ist aufgeschossen hinten. Jungs. Okay. Die linke Tür war offen. Die kleine Tür, meinst du? Ja. Okay. Darf ich mir die Waffe rausnehmen? Wo bist du? Schüsse. Er ist drin, ey. Oh, leider für Gar... doch für die Standard. Das ist die G36. Habe ich es hätte ja noch mit Monitieren. Ähm, wir müssen gleich eine Mauer aufschwellen. Auf jeden Fall haben wir sie reingeschossen. Ja, passt. Habt's ihn hier, oder? Nee, er ist nicht rein. Nee, der ist irgendwo drin. Das heißt aber, der kann auch hochgelaufen sein. Schüsse. Nach Gorkach. Viele Schüsse. Ich bin's. Okay. Da kommt ein Zombie zu dir. Aber wenn einer drin ist, sind da vielleicht auch noch mehrere. Einer. Nur einer. Also. Down. Mr. Green war's klar. Mr. Green, top. Ja. Okay. Gut. Ähm, wir müssen einmal nur eine Wand aufstellen wieder. Also jetzt am besten rein in die Base. Genau. Äh, soll ich... Ein SUV und den anderen, passt der noch rein? Jaja, wir haben genug Platz. Okay, ich komm jetzt auch ran gelaufen. Okay, ich komm jetzt auch ran gelaufen. Hammer, ich muss den abhängen, weil der hat... Oh, Chopper, Chopper. Dann fahren wir's einzeln rein. Chopper. Eli? Ja. Warte mal. Hast du ein Armored-SUV dran? Äh, nein, ich sitz im Armored-SUV. Kannst du switchen? Ja, du bist. Aber er fliegt weiter. Hm. Das kann jetzt sein, dass die mit fünf Briefcases da so'n Base-Rate anfangen. Wer ist noch in den Bäumen da? Das bin ich, das bin ich. Ich bin auf Höhe von dem, äh, von der Mi. Äh, steig ein, ich hab Waffen drin, wenn's brauchst. Fahrt rein, fahrt rein. Ne, fahr rein, fahr rein, fahr rein. Die Türen sind offen. Vorsicht, nicht, dass er den Kiel mitten... Ich seh das hinter der Auto zum Beispiel gar nicht. Aus irgendwelchen Hürden. Ja. Der hat den, den, den britischen Offroad damit. Ja. Okay, fahr rein. Fahr rein, ich warte. Ob du drin bist. Ja, er muss den hinteren noch abhängen. Ja, fahr mal weiter. Weiter, weiter. Weiter. Ganz rein am besten. Ja, warte, häng mal schnell ab, weil dann kann ich besser rangieren. Okay, ich mein weg. Aber wenn er nicht fährt... Ich seh ihn nicht mal. Ich seh ihn nicht mal, ich seh ihn nicht mal. Okay, ich hab schon, ich hab schon. Hast du? Okay. Also für den SUV haben wir einen Schlüssel und den militärer Offroad, da kann man nicht absperren. Fährst du einmal rein in die Base? Ja. Dass wir ein paar Türen zumachen können. Und dann müssen wir wieder die Wand hier aufstellen. Und Steve, du hast recht, wir hätten die doppelt aufstellen müssen. War's doch die Wand oder was? Nee, gerade durch. Ja genau, fahr da zum LKW ein, alles okay. Oder war einfach weiter durch? Weiter durch, wir müssen die Türen hier wieder zumachen. Äh, warte, ich fahr in die Halle hinein. Genau. Und den... Okay, wo soll ich den gehen? Einfach rechts oder so, falls du kannst. Ja, die sind hier durch, solche Hunde. Okay. Wie, fährst du hier in die Halle, wo der Ecke steht? Ich bin mit dem SUV, oh mein Gott. Kaffee wollt da haben, oder? Der Schicksal? Einen Kaffee, ja, ja. Wer war da für einen Kaffee, hat er geschrieben. Boah, ich bleib irgendwo hängen. Noch ein B, für irgendwas? Okay, Vorsicht, Vorsicht. Also ich hab... Ich fahr grad rein. Boah, boah, boah. Boah, boah, boah. Boah, boah, boah. Gut, jetzt hat's Platz. WTF? Ich dachte, da bleibt ein bisschen. Also wir haben den Freien. Bist du da halten? Ich weiß, ich hab die Dachwart. Ja, der links von uns halten. Der lila Punkt. Achso. Bei mir ist schon da durch einen G-Zeig. Ich bin zu kurz auf mir. Okay, hier ist nichts drin. Ja, da war wahrscheinlich eh schon wieder. Ich glaub, die waren bei einem Freienger. Kannst du hier lösen? Ja. Hat jemand M107 Bedarf? Gerade nicht. Okay, wir müssen... Wir müssen die Wand aufbauen. Genau. Okay. Wir machen trotzdem mal das Haupttor vielleicht zu. Okay. Ich baue schon mal den Plottal ab. Ähm. Ja, sehr gut. Leg dir mal dein Dings wieder rein, ne? Ja, ganz bald nach. Der hat eh keinen Platz in seiner Kalle. Ah, doch. Die PKM passt noch ein. Toll, das machen wir mal sauberne Ausbeute. Ja. Und du hast vorne die rumhängt. Das ist ja echt krass. Warte, hier rechts. Sorry. Kannst du hier rechts? Wir müssen jetzt keine Base mehr haben. Wir müssen jetzt alles in die Autos umeinander fahren. Okay, ich... Ja. So, ich muss das mal bedienen. Naja, aber tolle Base muss ich schon sagen. Wo unserer Base wird sie denn zerstört? Ja komm, ich fahre ein Stück weg. Ja, wir können anhängen, ja? Oh, Schuss. Ja, ich. Ja, ich fahre doch nicht weg. Heli? Heli? Ich switche an die Gun. Will die mal noch rein? Ne. Ich eröffne das Feuer. Oh, das ist ein Schuss. Jetzt dreht er ab. Ich hätte ihn näher kommen lassen müssen. Ja, der hat... Ist kurz vorher, ist er abgedreht. Deswegen habe ich das Feuer eröffnet. Okay. Ich wollte nur mal drauf halten. Na, ist gut. Du stehst aber ganz schön auf. Ich teile dort mit deinem... Endlich, mein Lagerfeuer. Warm, endlich. Endlich wird's warm. Jetzt ist heim in die Klanze. Ah, der Ding, der Zibilian, glaube ich, hat nur einen größeren Rucksack, wenn niemand braucht. Ja, ja, alles gut. Ah, ich nehme den, glaube ich. Weißt du, wo er kriegen ist? Ja, ja, ich habe ja gesehen, wo den... Okay, kommt mal jemand rein oder bleibt ihr alle draußen? Stefan, wo bist du? Ähm... Westlich fahre ich. Westlich? Richtung Gorka, wenn du auf die Straße fährst. Ja, ist sicher, ich will. Nicht so schwer zu übersehen. Im Moment. Sieht voll schön aus, das Bild da mit dem riesen Feuer vor der Base. Ja.